Hallöchen Popöchen! Ich habe ein Päckchen bekommen und zwar ist das das Päckchen aus dem Wunschtütentausch aus der Facebook-Gruppe Bastel Dich Glücklich. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich euch das gorgeous Buch gezeigt habe, das ich gebastelt habe für die liebe Janne und das war ja der Wunschtütentausch und jetzt habe ich von der Janne Posts zurückbekommen. Und so sieht es aus. Ich bin gespannt, was ist das denn? Ich hole mal einmal alles raus und gucke, ob Post dabei ist. Das schaue ich mir gleich in Ruhe an. Ich habe es vielleicht falschrum aufgemacht. Ich glaube, es ist keine Post. Nee, okay. Dann mache ich einfach der Reihe nach, so wie ich es jetzt gerade rausgeholt habe. Also das habe ich zuerst in der Hand gehabt. Dann wollen wir mal schauen, was das ist. Ein Büchlein oder ein Album oder so. Das Format gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Das finde ich total süß hier. Sowas mag ich voll gerne. Run with you. Ach, wie süß. Ja, die Texte sind mega niedlich. Ah, die Idee ist ja cool hier. Diese Schaumstoffteile. Ach, das sind die Blüten, glaube ich, aus dem Action, ne? Schön. Ah ja, Washi, Washi geht immer ab. Oh. Be your own kind of beautiful. Süß. Das ist ja niedlich gemacht. Ja, ich hatte mir entweder Kawaii oder Halloween gewünscht. Ähm, supergeiles Washi. Das muss ich unbedingt haben. Janne, das musst du mir sagen, wo du das herst. Das brauche ich für meinen Mann. Ach, cool. Ja, und wie ihr seht, es ist ganz offensichtlich Kawaii geworden. Oh, ach, cool. Ah ja, das ist immer doof mit Woshis, ne? So. Ach, guck mal, so ein ganz breites Washi. Das ist ja auch cool. Hier, die finde ich ganz toll. Solche liebe ich ja. Wie heißen die nochmal? Chip. Chip-Dinger. Sticker. Chip. Ich weiß es nicht. Das ist ein tolles Washi. So ein ganz breites habe ich noch gar nicht. Voll cool. Muss ich dahinter gucken? Ach, nee, muss ich nicht. Ach, das kann man... Ach so. Love is in the air. Schön. Oh. Die sind süß. Guck mal, das Seepferdchen. Ach, wie niedlich. So, da waren meine Mäuse gerade in der Küche. Dieses Sticker liebe ich. Die finde ich super, mega schön. Hier diese Flasche mit der Flaschenposter drin und diese wahnsinnig schöne Qualle. Immer mit so ein paar Sternchen drin und foliert und halt... Ach, das Seepferdchen, da geht halt gar nichts drüber, ne? Und die liebe ich auch. Wie nennt man die? Sind das Embellishments? Oder halt Tags in dem Fall. Ich finde die ganz toll. Das Papier ist auch super schön. Ich mag dieses karierte Muster. So ähnlich sahen früher die Polunder aus. Und die Trumpfhosen. Ich habe das in irgendeinem anderen Video letzte Tage noch gesehen. Da hat jemand auch über das Muster gesprochen. Ich glaube, es war Terrorgnome. Die hatte Washi-Tape bekommen mit diesem Muster. Und ich liebe dieses Muster, dieses Rautenmuster. Ich finde das total toll. Ah, okay, Moment. So, hier muss es geknickt werden. Süß. Ganz süß. Das ist dir richtig gut gelungen. Das ist ganz niedlich, dieses Album. Schön. Das hast du schön gebastelt. Ich danke dir dafür. Vor allen Dingen ist das Format auch richtig schön. Ich mag das, dass das klein und handlich ist. Das ist eine gute Idee. Das werde ich mir mal abgucken. Das zweite, was ich in der Hand hielt, war das hier. Ein Pocket Letter. Cool. Guck mal hier. Oh, das Hintergrundpapier ist schon voll schön. Da mit diesen Muffins. Mit Glitzer. Und dann hier vorn. Ach, da, guck mal. Da ist eine Meerjungfrau. Da, jetzt seht ihr sie. Meerjungfrau und Muschel. Und hier diese tollen Donuts drauf. Da auch noch mal so ein schönes Kaktuspapier. Washi Tape. Da hast du dir richtig viel Mühe gemacht, Mensch. Und da wieder Kakteen. Dieses Donut, äh, Donut, ähm, Muffin. Nein, Cupcake Papier ist schön. Das gefällt mir richtig gut. Die Donuts, hast du die selber gemacht? Sind die aus Fimo? Ah, das finde ich immer cool. Mit so Doilies zu arbeiten. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Ich habe die leider noch nie irgendwie bei uns gesehen. Ich hätte die auch so gerne. Die Kakteen finde ich auch mega schön. Ja, der ist richtig schön geworden. Guckt euch den mal da einmal komplett an. Der gefällt mir richtig gut. Obwohl ja jedes für sich genommen eigentlich gar nicht zusammenpasst, ne? Kakteen und Süßkram. Aber du hast es richtig gut, finde ich, zusammengefügt. So, dass es eben passt. Schön. Die sind... Ich gucke mir die ganze Zeit diese Donuts an. Ob du die selber gemacht hast oder nicht. Ich kann das leider nicht erkennen. Das würde ich gerne mal wissen. Das finde ich am schönsten mit den Doilies zusammen. Das gefällt mir richtig gut hier. Das Papier ist auch voll schön. Und hier dieses Washi finde ich auch mega toll. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich finde es immer voll spannend zu sehen, wie andere Leute basteln. Das gefällt mir richtig gut. Ja, ein Pocket Letter habe ich bekommen und ein Album. Schon zweimal was gebasteltes. Das war das nächste, was ich hatte. Und da springt mir sofort dieses supergeile Washi ins Auge. Und hier diese... Was sind das? Bläschen? Finde ich total schön. Hast du die selber gemacht? Mit Wasserfarben oder mit... Ja... Aquamalern oder so. Etwas gekauftes und geschmachte... Geschmachte... Gemachte Sprüche für dich. So. Das Washi ist total toll. Bin ich ja gespannt. Gekauftes und Sprüche. Oh mein Gott. Die habe ich heute noch in einem Haul gesehen. und war total neidisch. Oh, wie schön. Ach, da sind noch mehr Sprüche drin. Moment. Ach, cool. Habe ich alles? Ja. Oh, wie süß. Oh. Ein Eis? Ist das gestempelt? Ich sehe das gar nicht. Ich habe schon wieder keine Brille auf. Let the sun shine in. Ach, das hast du aber gestempelt. Schöne Idee. Big ideas ahead. Das ist geil. Ach, wie süß. Hast du das selber gemalt? Also nicht nur koloriert, sondern auch selber gemalt? Das ist ja niedlich. Guck mal, so könnte ich es durchpausen, dann habe ich es auch einmal andersrum. Das ist echt süß. Das hast du auf jeden Fall selbst koloriert. Aber wie hast du diese Striche hier reingemacht? Sind das Zauberstifte, mit denen du das gemacht hast? Das ist süß. Das ist richtig putzig. Ach, guck mal. Da sind noch mehr. Oh mein Gott. Warte mal. Die sehen aus, als hättest du die alle selber gezeichnet. Kannst du sowas? Ich kann sowas gar nicht. Ich kann nur abmalen. Was ist das? Ach, wie süß. Cool. Das ist doch Alice, oder? Na klar, das ist Alice, nachdem sie, weiß ich nicht, den Tee getrunken, den Saft getrunken oder den Kuchen gegessen hat, als sie ganz groß geworden ist, weil da ist die Grinsekatze. Sehr cool. Sind das Aufkleber? Muss ich mal eben gucken. Das ist der Nachteil. Ja, das sind Sticker. Wie cool. Ah, und da ist noch eine. Noch eine Alice. Sehr cool. Auf jeden Fall. Guck mal, den hast du doch auch selbst gemalt, oder? Sieht ein bisschen lustig aus, wie der guckt. Das Einhorn ist der Oberhammer. Das finde ich richtig cool. Da hast du das schon wieder so gemacht mit den Strichen. Da noch so eins. Die sind toll. Die sind total toll. Die hast du doch, Hand aufs Herz, Janne, die hast du doch selber gemalt, oder? Das finde ich total irre. Das ist süß. Das gefällt mir auch richtig gut mit diesen Schmetterlingsflügeln. Die sind richtig niedlich. Da werde ich auch ganz frech sein und werde mir die kopieren. Damit ich mir die, damit ich, also ich möchte die halt gerne auch mal ausmalen und, ja, wenn ich dann nur eins ausmale, bin ich traurig. Die werde ich mir kopieren, damit ich ganz viele habe. Die böse Königin. Be brave, live your dream. Sehr cool. Ja, diese Washies mag ich sowieso. Ach, wie süß. Guck mal, die Schnecke. Ach, so seht ihr es gar nicht, ne? So ist besser. So. Der ist ja auch süß. Ein Hund im Regen, oder? Die Eule. Friends finde ich auch cool. Eine Wassermelone. Ist ein Misselzweig, ne? Ach, der ist ja auch cool. Die Schnecke finde ich am coolsten. Die gefällt mir richtig gut. Oh, der ist aber auch lustig. Mit seinen, seht ihr die Zähne? So seht ihr nichts. Seht ihr diese Zähne da? Der ist cool. Ein Fisch mit Zähnen. Das sind doch auch Sticker, oder? Durchsichtige, würde ich sagen. So transparent. Brabbel, brabbel, brabbel. Mit den Fingernälen kriege ich sowas nicht ab hier. Verdammt. Ja, Sticker. Jawohl. Cool. Dann kann ich sogar gucken, ob ich die eingießen könnte. Dann kann ich Buttons daraus machen. Die Schnecke ist total geil. Die Schnecke finde ich am tollsten. Dann wackele ich so. So. Ja. Oh, die sind schön. Die Schrift mag ich total gerne. Ich habe ja vom Action auch ganz viele von solchen Washi-Sprüchen, aber nicht in dieser schönen Schnörkelschrift, sondern immer nur diese ganz fett gedruckten. Das finde ich richtig schön. Und dann auch noch hier in Gold foliert. Ah, jetzt muss ich echt überlegen, was da steht. Ich habe Alp gelesen. All you need is love. Die sind schön. Die gefallen ist voll gut. Ah, super. Oh, die sind toll. Ich mag diese Schrift. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich mag das voll. Dieses Verschnörkelte. Hier, das, das mag ich auch. Just married. Die sind toll. Die gefallen mir richtig gut. Oh, danke schön. Hold on. Things will get better. Oh, ja. Super cool. Und du hast geschrieben selbst gemacht. Hast du die, nee, die sind doch aus einem Action-Blog oder so. Du meinst mit selbst gemacht die hier, die du gestempelt hast, oder? Die hier. Big ideas ahead. Das finde ich auch eine coole Idee. Es ist auf jeden Fall mal ein Anreiz, wie ich solche Sprüche stempeln nutzen kann. Nicht immer nur so langweilig auf weißes Papier zu drücken, sondern einfach auf Motivpapier und dann in schwarz. Sehr gute Idee. Und dann, das ist mein Highlight jetzt gerade. Wie gesagt, ich habe die gerade eben noch in einem Haul gesehen und war total neidisch und dachte, na super, unser hat die mal wieder nicht. Die finde ich total geil. Diese Briefmarkensticker. Die sind so niedlich. Rainy day. After the rain. Ach, guck mal hier. dieser Pinguin. Moment. Die sind so süß. Fokus, hallo. So. Und die Wolke, die finde ich toll. Die ist auch toll. Wie die guckt. Oh mein Gott. Ach, die sind so süß. Und der Frosch. Guck mal, der Frosch hat ein Hotdog in der Hand. Und die gefallen mir richtig gut. Da freue ich mich total drüber. Die sind so niedlich. Der Regenbogen hat einen Cowboy-Hut auf, oder? Ja. Das ist geil. Ach. Oh nein. Ach, wieso will der mein Fokus heute nicht? Das nervt. Also die sind total schön, die Sticker. Ich freue mich volles Rohr, dass du mir die schenkst. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, und die wasche ich sowieso. Und das gebastelte erst recht. Diese Donuts, die du da auf dem Pocketletter drauf hast, die muss ich mir gleich nochmal ganz genau angucken. Die sehen aus, als hättest du die selbst gemacht. Die finde ich auf jeden Fall richtig cool. Das Büchlein ist auch echt süß geworden. So. Dann. Washies. Yay. Ach, cool. Mit Einhorn und Regenbogen und Wolken. Genau mein Ding. Ach, ist das süß. Was ist das? Ah, ein Cattycorn. Ein Katzen-Einhorn. Und, ja, Regenbogen-Washi. So, und dann gucken wir mal, was noch drin ist. Ah, wie cool ist das denn? Ein Haufen und eine Rolle Klopapier. Was ist das? Ist das ein Radiergummi, oder ist das aus Fimo? Das ist ein Radiergummi, oder? Ich hasse Kackhaufen. Nein, hassen ist zu viel. Mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ich mag so diesen Hype um diese Kackhaufen in Regenbogenfarben und haste nicht gesehen. Finde ich total blöd. Meine Kinder stehen da voll drauf. Aber diese Kombination finde ich total abgefahren. Da komme ich jetzt gar nicht drauf klar. Janne, das ist der Hit. Das werde ich in meinem neuen Kraftelier, in meinem neuen Bastelzimmer, werde ich das auf jeden Fall irgendwo so präsentieren, gemeinsam. Vielleicht kann ich ja sogar noch eine Stange machen, an der das dranhängt. Das ist doch ein Radiergummi, oder? Das fühlt sich so an. Doch, das ist, glaube ich, einer. Sag mir das mal. Das ist cool, oder? Hast du das selber gemacht, aus irgendeiner Knete? Das könnte es natürlich auch sein, ne? Ich weiß es nicht, aber ich finde die Idee cool. So, und dann das Herzstück nehme ich an. Das lag zu unterst. Ach, guck mal, eine Kirsche. Boah, das ist ja geil. Moment mal. Moment, eins nach dem anderen. Hi, eine Elefantenklammer. Hast du diese Tasche selber genäht? Ach, wie süß. Oh nein, wie geil. Oh, das ist voll mal. Ich liebe dieses, wie heißt das? Fettikorn oder so. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber Pummelhorn. Pummelhorn nennt man es, glaube ich, ne? Ich sage immer Fettikorn. Dieses keksfressende, dicke Einhorn liebe ich. Und guck mal, es liegt auf einem Keksmond und schläft. Das ist total geil. Der Button ist der Hammer. Hast du diese Tasche selber genäht? Ich beneide ja alle Menschen, die nähen können, ne? Ich kann das ja leider nicht. Oder ich will mich auch gar nicht damit auseinandersetzen. So, aber was ich gerade angucken wollte. Ja. Oh mein Gott. Kirschen aus Rukaylperlen. Oh meine. Ey. Hast du die selber gemacht oder hast du die gekauft? Die sind hammer schön. Das ist genau mein Ding. Wie macht man die? Ach, ich verstehe. Da drin ist eine transparente Perle. Eine große transparente Perle. Und dann fädelt man die roten auf und geht dann einmal mit dem Faden unten wieder durch. Und dann, ach, wie cool. Jetzt bereue ich es doch, dass ich meine Rokais damals weggegeben habe. Boah, das ist der Hammer. Ah, Kirschen. Ich wäre nie auf so eine Idee gekommen, aber das finde ich total toll. Boah, ich bin voll verliebt. Die, oh, die sind so schön. Hast du die selber gemacht, Janne? Ich bin gespannt, was hier drin ist. Moment mal, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Kalender. Oh, mit Wassermelone. Oh, ich liebe Wassermelone. Die hast du doch selber genäht, oder? Oh, ich weiß gerade gar nicht, was ich als erstes machen soll. Ein Planer. Oh, mit Wassermelonen-Stift. Ich heule gleich. Oh je. Ach du meine Güte. Ich bin gerade, Entschuldigung, ich kriege gerade, oh, liebe Mareike, ich hoffe, dir gefällt das selbstgebastelte Kawai und der Kiki K. Ist das der Kiki K? Da ist ein K drauf. Ich nehme an, das ist der Kiki K. Die Hüllen sind für Washi-Sample oder Sticker, was du gerne in die Hüllen legen magst. Liebe Grüße, deine Janne. Ach, wie cool. Und dann noch die Shoppinglist dazu. Boah, das ist der Hammer. Oh mein Gott. Und dann diese Federn hier. Ach. Ach, die hast du aus Washi selber gemacht. Das ist ja da. Oh, guckt mal. Da drin ist ein Draht und dann hat sie Washi um den Draht herumgeklebt und das nach, in Form einer, einer Feder ausgeschnitten und seitlich ausgefranst. Oh, wie cool. Was für Ideen du hast. Oh, wie schön. Ganz viele, ganz viele Musterklemmen hier. Oh nein, die Musterklemmen klemmt. Ähm, Papierklemmen. Sag schnell. Moment. Äh, ich krieg's nicht raus. Ich trau mich nicht. Da, jetzt. So macht man die da drum. Siehst du, ich hab immer gedacht, man knotet die. Wie cool. Und dann hier mit Sternchen. Och mein Gott, ihr seht ja gar nichts. Ach, mit Sternchen und mit Schleifchen und ich bin hin und weg, Janne. Boah, ist das schön. Wo kriegt man die auf? Da oben. Ach, wie süß. Oh. Und Wale. Ach, wie süß. Oh, die finde ich so toll. Mit dem Herzchen hier hinten drin. Sind die, ich glaub, die sind von Sammy Fim, oder? Ach, ein Füchschen. Und noch so eine Robbe und noch ein Fuchs. Ach, die sind so schön. Da war die Robbe. So, jetzt hab ich sie alle beieinander. Hab ich sie jetzt so ge... Ach, verdammt. Ich guck die ganze Zeit am Handy vorbei, weil ich so aufgeregt bin und seh gar nicht mehr oder achte gar nicht mehr darauf, ob ihr das auch gesehen habt. Ach, einmal tief durchatmen. Also, diese zwei süßen Eisbären. Dann hier diese Robben. Dann hier diese zuckersüßen Wale mit den Herzen in den Flossen. Zweimal in Türkis, einmal in Blau. Und, ach, diese süßen Füchse. Das finde ich total gut hier mit diesen Hüllen. Ah, du hast eine Fuse zu Hause, ne? Gib's zu. Die hast du hier selber zusammengefused. Stimmt's, die Hülle? Das ist eine coole Idee. Ah, und dann, guck mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Hüllen. Das ist richtig geil. Ah, und Washi-Sams. Ich wusste gar nicht, dass es so dünne Washi's gibt. Ach, guck mal, wie süß mit den Regentropfen. Ach, wie schön. Und hier mit Goldstreifen und da auch nochmal Goldstreifen. Die sind echt toll. Ich bin total sprachlos. Ich finde das so schön. Ah, und da sind Augen drauf. Schlafaugen und Zahlen. Ah, geil, auf einem Joker. Jawohl, ein Joker muss sein. Joker braucht man immer. Finde ich cool. Ich habe meinem Bruder in seinem Traveller-Journal habe ich ihm auch einen Joker hinten mit reingelegt. Ja, da ist es. Das Pummeleinhorn. So heißt es. Oh Gott, ich liebe es. Das ist so cool. Dieses Pummeleinhorn finde ich so toll. Ganz viele. In einem Meer von Keksen. Also das bin ich, Leute. So sehe ich aus. Vielleicht nicht ganz so hübsch. Aber es liegt ja Gott sei Dank im Auge des Betrachters. Ah, das ist ja auch ein cooles Washi. Ich habe davon nur so einen Stempel. So einen Washi habe ich noch nie gesehen. So sweet. Erlebnisse. Ah, cool. Oh, guck mal. Das hat sie alles einzeln ausgeschnitten hier. Diese Wimpelkette. Das ist geil. Da habe ich mein Halloween. Bist du das? Siehst du so aus? Auf jeden Fall hast du die Wunde richtig geil geschminkt. Die einzelnen Texte da drin. Oh mein Gott. Ah, und hier ist noch so eine Hülle. Ah, Diamanten. Cool. Ganz viele, ganz viele Zettelchen. Sag schnell, Notpads. Ach, wie süß. Ja, ich werde wieder ganz still, ne? Oh mein Gott, ist das niedlich. Und jetzt hast du jede Seite gestaltet. Oh, wie schön. Oh, du hast echt tolle Washi. Und dieses Ticker, die sind der Hit. Ach, geil. Und auch nochmal in rosa. Und türkis. Wo hast du denn solche Zettel her? Oder waren die da schon mit drin? Und blau. Blanko, ganz wichtig. Und lila. Genau meine Farben. Oh mein Gott. Guck mal, da wieder so ein süßes. Seht ihr wieder gar nicht, ne? Verdammter Hackel. Oh, ist das schön. Die sind total süß, dieses Ticker. Leere Blätter. Boah, hast du dir viel Mühe gegeben. Das ist eine so schöne Idee. Überall Sternchen drauf. Ach, wie heißt die denn nochmal hier? Diese Katze hier. Hast du das auch selbst gebastelt, diesen Trenner? Nee, ne? Und hier hinten noch ein Notizblock. Ach, genau. Da hinten so reingeklemmt. Jetzt weiß ich. Ein Wassermelonenstift. Ziehen oder drehen? Oh ja, cool. Schwarz. Sehr gut. Der schreit gut. Moment, ich muss mal eben testen. Oh ja. Mega geil. Janne, du hast dich selbst übertroffen. Und selbstverständlich freue ich mich darüber. Du hattest ja solche Sorge, dass ich mich nicht freuen würde oder dass es mir nicht gefällt. Aber ich finde es total toll. Mega. Wirklich. Ich finde ich, ich bin total geflasht. Ein Kiki-Key. Oder wie hast du es genannt? Ich muss nochmal nachlesen. Wie heißt es? Kiki. Ein Kiki-Key. Mir sagt der Name leider gar nichts. Es tut mir leid. Aber ich finde es total geil. Diese Federn sind so toll. Das ist eine super Idee. Also mega. Du hast mich total überrascht. Und ich bin völlig geflasht über diese vielen tollen kleinen Einzelheiten. Diese Kirschen sind so geil. Die werde ich mir hier dran machen. Die finde ich so toll. Und dieses Täschchen, das finde ich auch mega toll. Das hast du doch selber genäht, oder? Das sieht nach Handarbeit aus. Das ist einfach... Ich bin geflasht. Ich danke dir, Janne, für unseren wahnsinnig tollen Tausch. Es hat mir riesig Spaß gemacht, dir deine Sachen zusammenzustellen. Es hat mir genauso viel Spaß gemacht, hier deine tollen Geschenke auszupacken. Und ich freue mich riesig darüber. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich noch sagen soll. Danke. 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 Mega geil. Ja, ihr Lieben, ich entlasse euch jetzt. Ich gucke mir das jetzt nochmal in Ruhe an und zeige das meinen Kindern. Und nein, sie werden mir meine Kirschen nicht abschwarzen. Meine. Super geil. Danke, Janne. Ja. Ich muss jetzt aufhören. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ihr Lieben, lasst euch nicht ärgern und lasst euch nicht unterkriegen. Richtet euer Krönchen. fools. Ich weiß nicht, was ich noch mal.